All derer, die vor uns hier waren, all derer, die diesen Turm ab einstürzen sehen, all derer, die die Wiener Auge stehenden gesehen haben, und all derer in dieser Welt, deren Tür für unsere Herdung einstürzen, und sie vor den Trümmern stehen, vor denen die Menschen dieser Stadt einstanden. Amen. Amen. Ich lese aus dem Brief an die Philippa. Freut euch in den Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein in allen Menschen, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Pflegen mit Danksagungen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unsere Belumpt, bewahrt eure Herzen und Sinne, den Christus Jesus. Nun, damit alle Gott, lasst uns singen. Amen. 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 Amen.